Das hier ist ein total simpler Versuchsaufbau mit einem wunderschönen Lichteffekt. Ich habe hier eine relativ große Küvette, die ist 3 cm tief und 26 cm breit und in dieser großen Küvette sind 1700 Milliliter Leitungswasser. Diese Küvette, die wird von hinten mit einer Lampe beleuchtet. Das ist das hier. Hier sieht man den Schwanenhals. Das ist eine Halogenleuchte, die beleuchtet die Küvette von hinten mit einem divergenten Lichtstrahl. Außerdem habe ich hier einen Standzylinder und in diesem Standzylinder sind 148 Milliliter Ethanol. Ganz normaler Laborethanol, hier 96 prozentig, vergelt. Und jetzt schauen wir mal, was passiert, wenn ich diese 148 Milliliter in die 1700 Milliliter Leitungswasser gieße. Also ich nehme jetzt diesen Standzylinder und dann muss ich treffen, denn es ist wichtig, dass ich wirklich hier diese 148 Milliliter alle eingieße. Und wenn ich das gemacht habe, dann muss ich noch einmal umrühren. Und dann sehen wir diesen wunderschönen Hallo. Ein bisschen umrühren. Also wer zu Hause noch ungenießbares Hochprozentiges hat, das wäre doch eine prima Installation. Und für wen diese Erklärung jetzt vielleicht ein bisschen ungenügend war, der bleibt noch kurz dran. Normalerweise, wenn ich Ethanol in Wasser schütte, passiert gar nichts. Ethanol und Wasser mischen sich problemlos. Und das Einzige, was passiert ist, es bilden sich vielleicht ein paar Schlieren. Aber ganz bestimmt bildet sich kein so ein Ring, der so schön glitzert. Hier waren tatsächlich 148 Milliliter Ethanol drin, 96 prozentig. Das ist vollkommen korrekt. In dieser Kivette waren auch 1700 Milliliter Leitungswasser. Aber nicht nur Leitungswasser. In diesen 1700 Milliliter Leitungswasser waren noch 590 Gramm Natriumchlorid gelöst. Bei 19 Grad Raumtemperatur ist es eine gesättigte Kochsalzlösung. Wenn ich jetzt diese 148 Milliliter Ethanol in das Leitungswasser mit dem Natriumchlorid gieße, dann löst sich in dieser neuen Mischung nicht mehr so viel Natriumchlorid wie vorher. Das bedeutet, ein Teil des Natriumchlorids fällt aus und bildet kleine Kristallette. Und an diesen kleinen Kristallitten kann das Licht von der Halogenleuchte gebrochen werden. Das ist ein bisschen so wie beim Regenbogen, nur dass wir beim Regenbogen die Wassertröpfchen haben. Das Licht von der Sonne kommt da von hinten, nicht von vorne wie hier. Aber auch da wird an diesen Regentröpfchen wird das Licht von der Sonne gebrochen. Hinein gebrochen, wieder raus gebrochen und wir sehen dann den Regenbogen. Hier kommt das Licht jetzt von vorne in dem Fall und das Licht wird dann an diesen kubischen Kristallen. Das sind keine Tröpfchen, sondern sind in dem Fall kubische Kristallette gebrochen. Aber der Effekt ist sehr ähnlich. Wir sehen auch so einen Ring. Man kann dieses Phänomen so auch in der Natur beobachten. Typischerweise an kalten Wintertagen, wenn man Richtung Sonne schaut, kann man zum Teil um die Sonne herum genauso einen Halo sehen. Jetzt ist es in der Atmosphäre natürlich kein Natriumchlorid. Da ist kein Natriumchlorid drin, sondern das sind Eiskristalle. Entweder solche kleinen Stäbchen oder Plättchen und an diesen Stäbchen und Plättchen kann das Licht von der Sonne gebrochen werden und dann gibt es genau solche Strukturen. Man kann noch viele andere Strukturen beobachten. Das hängt sehr von der Form und der Größe der Kristallitte ab und der ganze Vorgang ist auch relativ kompliziert. Das Licht wird in die Kristallitte reingebrochen und dann wieder raus und man kann nicht nur Kreise beobachten, sondern auch solche gebogenen Linien und Nebensonnen. Insgesamt ist es super schön anzusehen. Hier im Labor können wir jetzt nur diesen einen Effekt nachstellen mit diesen kubischen Natriumchloridkristallen, eben diesen 22 Grad Halo von der Sonne.